Weil Mission 11a doof ist, versuche ich jetzt 11b. Verdammt, es ist quasi selbe Mission. Für die Vollständigkeit halber lasse ich den Anfang nochmal mitlaufen. Geht es zurück. Recapture die Base, ohne die Wurzeln, und sicherlich, dass alle G.D.I. Fortschritte nicht mehr von mir wieder. Es ist dieselbe Mission, nur die Karte ist anders. Aber ist die Karte einfach besser. Die Karte ist nicht gleich. Fängt doch schon ganz anders an. Nein! Die Karte ist schon ganz anders aufgebaut. Von den ersten Punkten hier siehst du das schon. Zum Beispiel hast du hier direkt das Wasser. Und links oben ist eine zerstörte Brücke, anstatt dass eine Brücke da ist, wo du rüberlaufen kannst. Sagen wir, okay, vielleicht sind die Basen gleich positioniert. Aber es ist definitiv nicht die gleiche Karte. Ich finde das Schlimmste ist einfach, dass die Artillerie auf der anderen Seite steht und du eigentlich nichts mit der machen kannst. Ich fasse es nicht, ey. Das ist keine Meinung. Das ist richtig. Man sieht doch von Anfang an, gerade links oben war eine Brücke, die du überlaufen konntest. Und jetzt hast du links oben eine Brücke, die kaputt ist und nicht benutzbar ist. Man sieht doch daran schon, dass die Karte komplett, also beziehungsweise anders aufgebaut ist. Und die Artilleries haben einen langen Bergkampf gestartet, wo wir um den Berg rumgefahren sind. Und jetzt stehen die nämlich auf dem Berg und fahren da runter. Diese Variante finde ich übrigens einfacher. Ja, hoffe ich doch. Unglaublich. Wie geil ist das denn? Du fährst gar nicht in die Basis rein und dir gehört die schon. Was stimmt nicht mit euch? Also es ist schon ein bisschen verarscht, sorry. An der Stelle. Ach Leute. Alle heim. Oh, oh. Oh, da unten kommt das Raketending auch schon. Mein Fehler. Ich hätte nicht gedacht, dass da oben der Mammut so nahe patrouilliert. Ah, nein! Ich habe ja gar nicht gespeichert, die Mission. Warum habe ich nicht gespeichert? Oh, es ist ein bisschen stammt. Battle control terminated. I hope I can trust you with this. GDI has stolen the plans and only prototype of our most valuable weapon. I call it Ezekiel's wheel. Entschuldigung. Auf der Playstation wurden die Missionen vereinfacht, weil die Steuerung halt schwieriger war. So, jetzt habe ich es gesagt. Was? O Som 1! Acknowledge. Roger. Affirmative. Yo. Reporting. Roger. Affirmative. Affirmative. Come on! Affirmative. Yeah? Reporting. Moving out. Moving out. So, da unten muss ich ja eh nicht lagen. Da kommt gerade der Mammut raus, weg, weg, weg. Willst du mich verarschen mit dem Orca? Ach, ich sollte vielleicht die Basis unten auch mitnehmen. Und auch mal speichern. Okay. You got it. Roger. Affirmative. Right away, sir. Done. Reporting. Coming out. Right away, sir. Yes, sir. Reporting. Moving out. Roger. Roger. Unit lost. Ready. You ain't got it. Unit lost. Unit lost. Ready. Wait. Waiting. Ready. Waiting. Ready. Ready. Wait. I'm on it. Yes, sir. Upro. Yes, sir. You got it. Yes, sir. I'm on it. Upro. Yes, sir. Moving out. Moving out. Moving out. Yes, sir. Unit lost. Supporting. Ready and wait. Coming out. Yes, sir. You got it. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Ready and wait. Yes, sir. Yes, sir. You got it. Ready and wait. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Ready and wait. Roger. Roger, sir. You got it. Moving out. New Constructions. Motion. Moving out. Way down. Ready and wait. Achso, das meinst du. Aber dann stirbt doch meine Infanterie. Achso, das meinst du, dass du am Mammut nur vorbeiläufst. Ich dachte, ich komme da in die Basis rein. Der Mammut ist mir egal. Der Mammut ist schon tot. Ja, warum solltest du auch da Erfolg haben, ey? Warum kann der in außerhalb der Reichweite inzwischen den MG-Turm anschießen? Oh, ich kriege die Krise, ey. Ohne Scheiß, heute habe ich dafür echt keinen Nerv. Die Ingenieure wären ganz normal durchgekommen, weil wir es vorhin auch... Was ist das denn jetzt für ein Safe-Game? Ja, die laufen einfach ein Stück weiter vor, während ich lade noch. Ich gucke einfach nicht mehr auf den Chat. Tut mir leid, aber ich habe dieses Backseat-Gaming... Heute... Ich habe davon echt genug gerade. Ich habe dazurobiet! Unit ready. Unit crossed. GDI building captured. New construction options. Siloes needed. Building. Instruction complete. No, you got it. Building. Yes, sir. No problem. Instruction complete. Keep them covered. I'm on it. Keep them covered. You got it. That was left. Yes, sir. Agnobing, uh, warning. Ready and waiting. Yes? Building. Yes, sir. Ja, danke fürs Folgen, Oli. Instruction complete. Building. Unit, ruby down. Instruction complete. Building. On hold. Und bike van. Instruction complete. Building. Yes, morning. Come on. Instruction complete. Building. Morning. Alright. Oh, ja, alles cool. Mit dem Kanonenboot. Mh. Mh. 學ã. Mh. 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 Warum haben wir denn hier auch nur einen? Achso, ha, war unten der andere, die Artillerie zerstört hat. Yes! Supporting! Yes, you've got it! Yes, you've got it! Ferbin, come in! Repairing. Yes! Instruction complete. Wait away, Ferbin! Wait away, sir. Supporting, not a problem. Yes. Yes! You've got it! Dann zerstört doch wenigstens auch die Mauer richtig, ey. Die Trader sind sogar besser hier. Also wie die liegen im Vergleich zur Nord-A-Mission. Kann man so'n Bot bauen, was für'n Bot? Die Trader sind untertitelt. Warum geht der eigentlich so nah ran? Seid ihr eigentlich... Ja, dann war's das mit den 2000 Credits. Jetzt die man von unten kriegt. Insufficient funds. Construction complete. Ja. 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 Das Boot scheint kaputt zu sein, es kommt mich nicht mehr wieder. Ah, doch nicht. Ah, doch nicht. Oh, ja, ja, ja. Okay. Unit reporting. Waiting order. Yes, sir. Moving out. Building. Construction complete. Yes. 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 Moving out. Ich sage jetzt nichts mehr zum Chat. Das einzige tragische Moment ist nur, dass ich die 2000 unten nicht geholt habe. Alles andere ist in Ordnung. Jetzt muss ich erstmal auf meinen Sammler aufpassen, ein bisschen Geld sammeln. Dann baue ich Sandsäcke bis nach hier oben. Oder erst eine zweite Raffinerie. Hm, 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 hm. Auf jeden Fall ist die KI hier auf der Karte bedeutend passiver als auf der anderen. Building. Insufficient funds. Vehicle reporting. Weil es lässt sie mich gerade wirklich in Ruhe. Das lässt sie mich gerade wirklich in Ruhe. Ja. 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 Fahr zurück, du fettes Schwein. strokes, dich, schuss, wir brauchen zum Widerstand oder probieren. Schuss mitz z Laurentvionden. Schuss mitz Wegfindung 2.0 Manchmal geht die KI in Verkaufsmodus Das hat damit zu tun, wenn die keine Ressourcen hat mehr um zu produzieren oder generell keine Ressourcen hat die anscheinend als KI eine einzige Befehlssache Als allererstes kommt hast du Geld Nein Fragezeichen Nein Dann reagiert die so, dass die das Gebäude, was angegriffen wird, verkauft und es ist egal, was für ein Gebäude das ist Da siehst man einfach, wie rudimentär diese KI ist Du kannst manche Sachen einfach sofort nachvollziehen Ich hätte den manuell erstmal auf den Feld schicken sollen Bildung Unit ready Es gibt keine Mod für eine bessere KI, sondern eine Mod, dass die KI, also bessere KI in Anführungsstrichen Dann wird die KI von Tiberium nicht von Tiberium, dann sind wir von Alarmstuff Rot genommen die halt schon ein bisschen intelligenter war und nicht so rudimentär wie in C&C Hier auch einfach erstmal an das Feld hier unten Ich muss mal Karte aufdecken und schauen wie das hier alles aussieht Und du musst dich mal selbst reparieren Ich habe mich den anderen hier geholt, dass hier so eine Scheiße ist Weil ich möchte wissen, ob ich den einbauen kann Nächste Welle BS nicht so wie er ich glaube ich denke undkannulier ich denke dich Movenout. Wading out. Movenout. Yes! Fair enough. Movenout. Unit report. Movenout. Movenout. Tier Pedro. Moving out. Moving out. Wading out. Moving out. Yes! Waiting out. Yes! Unit report. Moving out. Fair enough. Ready. Irgendwie sehen die immer kaputt aus. Zurück. Das wird der eine Turm gerade nicht schaffen. Den Sandstack-Bug haben sie ja absichtlich dringelassen. Ich kann dir sagen, warum. Weil es einfach dazugehörte damals. Was? Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Vehicle recording. Acknowledge. Yes. No mercy. No mercy. No mercy is worden. Building. Construction complete. Building. On hold. Canceled. Reporting. Construction complete. Building. 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 Instruction complete. Building. Wait away sir. Roger. Building. Instruction complete. Our base is under attack. Okay. Wo kam denn jetzt da oben der Scheiß her? Okay. Witzig. Wenigstens ist der jetzt. Das kannst du auch mit Gebäuden oder Silos machen. Aber ein Silo kostet 150 für zwei Felder weiterkommen. Entschuldigung, ich habe ein bisschen gespuckt gerade. Deshalb finde ich Silo nicht so sinnvoll. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Building. Structure sold. Construction complete. Building. Structure sold. Construction complete. No. Right away sir. Building. Structure sold. Oops. Building. Construction complete. Building. Building. Instruction complete. Building. Unit ready. Moving out. Building. Instruction complete. Building. Ach, die können ja auch noch da lagen. Instruction complete. Building. Building. Instruction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Dann erstmal drauf geschissen. Building. Construction complete. Unit lost. Unit lost. Den Weg links kann ich mich nicht dicht machen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Die Fortgeschritte founded. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. es halt. Deshalb wird das finde ich, gehört das zum Spiel einfach dazu. Es gibt kein Obenrechts. Der Bug ist, dass die KI das nicht angreift. Die KI greift halt keine Säcke an. So einfach ist das. Und so habe ich jetzt ein bisschen Ruhe. Ist vielleicht ein bisschen Lähm gerade. KI. KI ist Anführungsstriche. Die können theoretisch von da kommen, wo der Sammler steht. Praktisch siehst du ja, was die machen. Das ist ein bisschen Ruhe. Vehikel reporting. Moving out. Acknowledge. Moving out. Moving out. Unit reporting. Moving out. Yes, moving out. Building. On hold. Cancelled. Our base is under attack. Nix. Tschuldigung. Building. Construction complete. Vehikel reporting. Moving out. Guten Abend, Notti. Affirmative. Ich hätte die Sandsäcke nicht sofort wieder abreißen sollen. Obwohl doch, ich brauchte das Geld. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Oh, ich Idiot. Ein rechts. Construction complete. Building. Und ja, man kann auch Shift S drücken. Building. Construction complete. Structure sold. Der Hotkey für Verkaufen. Building. Construction complete. Und jetzt kommt 10 Maul-Panzer und zerstören meine Basis. Construction complete. Building. Moving out. Right away, sir. Roger. Awaiting order. Reporting. Moving out. Affirmative. Moving out. Ready and waiting. Construction complete. Building. Structure sold. Building. Building on hold. Canceled. Construction complete. Building on hold. Canceled. Construction complete. Building. Building. Instruction complete. Building. Instruction complete. Building. Kann ich sogar Tower Rush so machen? Danke, Sorados. Äh, danke. Ja, aber ich hab schon häufiger gehört, da ich ein bisschen aussehe wie Edward Norden. Oder Norden. Ist jetzt nicht so verkehrt. Und anhören soll ich mich manchmal ein wenig wie Campino, glaube ich, hatte jemand mal gesagt. Also die Mission machen wir wirklich mal so, wie kann es die Mission am lähmsten gewinnen? Kriegerprinzessin ist in mir drin. Wenn, dann bin ich in der Kriegerprinzessin. Ganz cool. Ich mach jetzt erstmal ein Stealth Tank und guck mir mit dem an, wie die Basis oben noch zugänglich ist. Ja, die Luft... Also die SAM-Stellung bringt eigentlich nur gegen Orcas was. Für die Luftangriffe musst du sie recht weit vorne hinstellen und da kommst du eh nie zu. Ja, Technologie moving out affirmative. Technologie moving out affirmative. Ups. Building. Construction complete. Achso. Die wollten die SAM-Batterie angreifen jetzt. Ja. Moving out. Technologie moving out. Da hängt der Tank. Der ist auch ein bisschen irritiert davon, von Sandsäcken. Moving out. Acknowledge. Moving out. Moving out. Yes. Affirmate knowledge. Building. Construction complete. Nicht auftauchen. Affirmate knowledge. Building. Unit report. Moving out. Construction complete. Affirmate knowledge. Moving out. Moving out. Acknowledge. Moving out. Moving out. Construction complete. Yes, sir. Moving out. Moving out. Acknowledge. Moving out. Ey, Betrug. Building. Construction complete. Yes, sir. Moving out. Affirmate knowledge. Das ist auch derjenige, der den Feind mit Sandsäcken einbaut. Ich werde nicht in die Basis reinfahren. Ah, okay. Auf der rechten Seite kann der auch noch rauskommen. Ich gehe erstmal zurück, wenn der Mammut jetzt komplett zu uns durchfährt. Ja, lenkt ihn ab, den Sauhund. Unten gab es eine Geldkiste, die haben wir auch letztes Mal eingesammelt. Jetzt aber nicht mehr. Ach, der wollte nur die dämlichen Typen hier abknallen. Jetzt geht er in eine Zermstellung ran. Oh, wer? Warum? Da teilt er die wirklich genau so auf, dass er meine beiden Artilleries kaputt macht. Willst du bei der Feindlichen Basis Obelisken vor die Tür stellen? Warum nicht? Die Bomber gehen ja nicht down. Aber klar, das Tempo ist auf Maximum erhöhen. Hier ist eh nur Sammeln und Bauen. Building. Construction complete. Building. On hold. Canceled. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Yes. 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 Construction complete. Yes. Acknowledged. Geh mal direkt in den Repairer rein. Yes, sir. Moving out. Yes, moving out. Building. Yes. Construction complete. Yes. Yes. Unit reporting. Moving out. Okay. Unit lost. Our base is on the corner. Yes. Yes, sir. Moving out. Building. Instruction complete. Building. Instruction complete. Building. Instruction complete. Blame, blame. Blame, blame, blame. Building. Instruction complete. Building. Instruction complete. Structure sewn. Structure sewn. Structure sewn. Structure sewn. Affirmative. Vehicle reporting. Yes, sir. Vehicle reporting. Unit reporting. Moving out. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Unit reporting. Achso. Ich wollte ihn ja erstmal reparieren. Unit moving out. Unit, rechnen. Building. Ladies of Affirmative. Rechnen. Und ja, ich könnte den Sammler von denen einbauen. Yes, sir. Und wahrscheinlich würde ich echt keinen neuen bauen. Instruction complete. Building. Our base is under attack. Wow, das hat ja lang gehalten. Instruction complete. Building. Yes, moving out. Also selbst für die schnelle Geschwindigkeit. Äh. Ja, cool, Yona. Hatte echt viel Spaß mit dem. Moving out. Yes, sir. Weigh for it. Yes, sir. Unit moving out. Moving out. Yes, sir. Weigh for it. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Moving out. No. Moving out. Unit, perfect. Unit. Yes. Yes. Our base is under attack. Weigh for it. Weigh for it. Weigh for it. Weigh for it. Yes, sir. Moving out. Insufficient funds. Wo ist mein anderer Harvester überhaupt? Instruction complete. Tot? Gestorben? Building. Weigh for it. Instruction complete. Weggegangen um eine Familie zu gründen. Structure. Structure. Moving out. Roger. Affirmative. Anscheinend. Yes, sir. Aber sie haben ihn, äh, tot bombardiert schon. Building. Instruction complete. Cancel. Yes, sir. Open out. Yes, sir. Open out. Yes, moving out. Confirmative. Vehicle recording. You have confirmed. Ach, da. Yes, confirmative. Confirmative. Structure. Sound. Structure. Sound. Structure. Wer hat gesagt, er geht kurz Zigaretten holen? Building. On hold. Canceled. Building. Waiting over now. Instruction complete. Building. Ohne Scheiß, das ist zwar alles auf sicher, aber ich glaube, anders wird die Mission schon lange abgeschlossen. Instruction complete. Building. Instruction complete. Moving out. Vehicle recording. Building. Instruction complete. Komm, wie verwirrt ich schon bin. Building. Ist einfach nicht mein Tag. Instruction complete. Building. Instruction complete. Building. Instruction complete. Instruction complete. Building. Sandsäcke sind super Waffen. Sie helfen gegen alles, auch gegen Flut. Instruction complete. Building. Building. Instruction complete. Ach, der hat die Artillerie kaputt gemacht. Das ist okay. Instruction complete. Building. Instruction complete. Building. Instruction complete. Building. Building. Instruction complete. Building. Instruction complete. Building. Das ist mal richtig gut cool, indem wir Raffinerien nach vorne ziehen. Instruction complete. Ihr könnt euch auch direkt wieder opfern. Schnell drückt X, mehr X drücken. Schnell drückt X, mehr X drücken. Ach, zu langsam. Ich würde es nicht schnitzen. khnt Construction complete. Building. On hold. Canceled. Building. Construction complete. Kuhle, Kuhle. Der Tank lebt immer noch, weil ich bis jetzt mir nicht die Mühe gemacht habe, weitere Truppen aufzubauen. Kann ich alles ganz entspannt absaugen. Insufficient funds. Construction complete. Building. Reinforcements have arrived. Construction complete. Reinforcements have arrived. Building. On hold. Canceled. Unit reporting. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Unit reporting. Moving at knowledge. Affirmative. Jetzt führt mich das Spiel richtig zum Shutter. Building. Construction complete. Cannot deploy here. Structure. Structure sold. Building. Construction complete. Building. Our base is under attack. Construction complete. Cannot deploy here. Nein, wir werden keine Brücken zerstören. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. Moving out. Yes, acknowledge. Repair. Upsala. Upsala. Construction complete. Building. Our base is under attack. Construction complete. Building. Building. Homehold. Dass ich immer noch nicht die, äh, verbesserten Kraftwerke habe. Construction complete. Building. Yes, sir. Construction complete. Yes, sir. Moving out. Affirmative. Building. Building. Construction complete. Building. Instruction complete. Building. 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 Wir sind unter anderem. Builder. Instruction complete. Builder. Upsala. Nein! Meine Sandsäcke! Das war's. Jetzt kann der Harvester nicht mehr zurückgehen. In die Bayes, jetzt ist es vorbei für den. Wozu bin ich Energie? Schlecht. Konstruktion complete. Building. On hold. Canceled. Reinforcements have arrived. Konstruktion complete. Building. 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 Natürlich habe ich damit gewonnen. Reinforcements have arrived. Und zwar auf die lameste Art und Weise, wie du's machen kannst. Building. Aber es funktioniert halt. Reinforcements have arrived. Und damit ist auch endlich geklärt. Der Obelisk ist stärker als der Raketenturm von GDI. Struktur. Struktur. Zone. Struktur. Stone. Struktur. Struktur. Stone. Kann sich alles darauf schieben, dass das Spiel alt ist. Also es hat schon wirklich einige Schnitzer, zum Beispiel den. Sorry, das hat was mit der Geschwindigkeit gerade zu tun. Wenn du auf dem schnellsten spielst, ist das, äh, finde ich unmenschlich. Ich habe übrigens anscheinend alle Felder abgeerntet, die es gab, außer die vor der Basis beim Gegner. Ja, das war's. Bauhof zerstören. Sonst geht er mir immer wieder auf die Eier. Ja, jetzt fehlt er noch das Geld, deshalb verkauft er seine Sachen. Mein Gott, ist der... Der Obel ist laut. Da kommt das Bombo dem Aus. Sohn. Structure, Sohn. Building. Instruction complete. Primary building selected. Building. Unit ready. Reporting. Roger. Yes. Coming up. Ready and waiting. Building. Ready and waiting. Last. Unit ready. Building. Unit ready. Waiting warming up. Building. Supporting. Coming up. Unit ready. Building. Yes. Construction complete. Our base is under attack. Building. Building. Waiting hovered. Gotth! Gotth! Herb! Gotth! đangthed! Porting. White away, sir! Instruction complete. Right away, sir! Waiting. Notthin. Notthin! Start. Ready and just wait, minute, wait! Was gibt's da nicht? Der Funfact der NPC ist aber generell im Gegensatz zu Spieler 2. Das Gefühl habe ich übrigens schon häufig gehabt, weil seine Silos dann voll waren. Das war's. Weil ich ein lustiges Kerlchen bin, nehme ich jetzt einfach alles ein. Das hat einfach 10 Milliarden Jahre gedauert. Das ist das. Oh, puh, ich kann Orca bauen. Das ging letztes Mal nicht, wo ich die Dinger eingenommen habe. Unit, ready. GDI building, captured. Structured. Structured. Äh. Ach ja, stimmt, weil im Süden doch welche sind, ne? Auf der anderen Seite. Aber wie soll ich da rankommen? Ich habe dafür keine Truppen. Oh, was für'n Fuck, ey. Ich hoffe, der Panzer ist das einzige, was da drüben noch lebt. Weil ansonsten habe ich keine Chance, das aufzudecken. Ja, Orca-Zeit. Construction complete. Du kannst bei dem Orca landen und dann deckst du Sachen auf. Ja, sehr schön. Tolle Mission. Yes, Sir. Yes, Sir. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Construction complete. Building. Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Confirmant. 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 Moving out. Acknowledge. Confirmant. Confirmant. Construction complete. Acknowledge. Da! Confirmant. Confirmant. Oh mein Gott, und er kann auch Orcas hier angreifen. Ich hab mal den Bauhof eingenommen. Für 10 Orcas bin ich zu geizig. Guck mal ich repariere die sogar, was ich für ein freundlicher Typ bin. Gut, dass du die Sachen eingenommen hast, sonst hättest du die Mission neu starten müssen. Ja, ich bin einfach ein Meisterstratege. Ich hab da schon von Anfang an dran gedacht. Ah, so ein Crap. Bei Gott ey. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.